Lasset die Kinder zu mir kommen, sprach Jesus zu seinen Jüngern. Dann nahm er jedes Kind liebevoll in den Arm und segnete es. Unsere Altistin Karim Baltruschad hat den Text liebevoll in den Arm genommen und ins Deutsche übertragen. A place in his arms und auf Deutschland ein Platz in seinen Armen. Lasset die Kinder ganz nahe zu mir, hat Jesus die Jünger gelebt. Dann nahm er jedes Kind liebevoll in den Arm und er bringte die Hand auf sie. Bringe die Kleinen zu mir, sagt er, sie gehören zu meiner Welt. Für die Kleinen ist Platz in der Liebe des Herrn, da ist auch Platz für dich und mich. Oh, wie der Herr jedes Kind so sehr liebt und er lächelt, wenn ich ihm vertrau. Dann nimmt er mich zu sich liebevoll in den Arm und er segnet mich Tag für Tag. Bringe die Kleinen zu mir, sagt er, sie gehören zu meiner Welt. Für die Kleinen ist Platz in der Liebe des Herrn, da ist auch Platz für dich und mich. So wie die Kinder ganz kommen, so wie will ich kommen, so wie will ich kommen. Ich will rufen zu ihm, will vertrauen auf ihn, auf ihn, der mich so sehr liebt. Öffne dein Herz wie ein kleines Kind, an die Höhe des Herrn, da ist auch Platz für dich und mich. Da ist auch Platz für dich und mich. Applaus 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 Applaus